Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich stelle euch heute einen Film vor mit einer basslastigeren Stimme. Ihr hört es, ich bin einfach immer noch nicht fit und struggle mich von Tag zu Tag. Aber die Filme stapeln sich aktuell und ich habe gedacht, es hilft ja auch nichts, jetzt hier auszusetzen auf Ewigkeiten. Dementsprechend machen wir heute was Kleines, Kurzes, Knackiges zu Night Ripper, aka Das Monster von Florence. Den Film gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Ich erzähle so zwei, drei Sachen dazu. Und ja, wir werden das ganze Teil mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Viel Spaß dabei. Night Ripper ist jetzt vor kurzem bei mir eingetrudelt. Ein Mediabook und es ist von Illusions, man kann es hier sehen. Man sieht das Logo, man sieht die Illusions Nummer mit dem Limited Edition Schriftzug hier. Dann natürlich auch nochmal den Titel und oben haben wir jetzt so ein kleines Logo, was schon fast an, ich sag mal so, andere Labels auch ein bisschen erinnert. Das gab es so bei Illusions in diesem Sinne mit dem runden Logo noch nie. Also ich habe jetzt mal zwei Vergleiche herausgeholt. Einen etwas älteren Film und dann einen etwas neueren. Und tatsächlich hat man schon immer irgendwie was oben drauf gehabt. Meist so eine kleine Szene. Hier war jetzt der Kinderwagen drauf, da ist dann der Arm. Das hatte auch gerade bei den neueren Titeln schon so fast ein bisschen Logo. Also als wäre das so das DVD-Cover, irgendwie Logo-Qualitäten. Aber es war jetzt nie so krass eben, dass man sagen kann, das ist wie hier mit einem abgerundeten Bild drauf. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Merkmal von Illusions wird oder nicht. Kann ich nicht zu sagen, ist mir aber halt sofort aufgefallen. Das Mediabook als solches ist matt gehalten, hat keinerlei Prägung oder Hochglanz-Effekte. Hat auch sonst, was das angeht, relativ wenig Spielereien, aber ist trotzdem relativ schön clean. Eine sehr starke Pfalz eingestanzt. Also muss man sagen, diese Kante hier ist auf jeden Fall präsenter tatsächlich als bei, auch hier wieder nehme ich einen älteren Titel. Guckt euch das mal an. Im Vergleich seht ihr schon, das ist jetzt deutlich präsenter, hochwertiger. Und das zum Beispiel war ja auch ein Hochglanz-Motiv, welches schon auch, ihr seht das vielleicht, also wenn man die miteinander vergleicht, das ist schon ein kleiner Unterschied. Es ist nicht der krasseste Unterschied, aber man sieht auf jeden Fall einen Unterschied von den Trails, von der Halterung, wie das untergebracht ist und so weiter und so fort. Heißt, qualitativ hat sich hier auch trotzdem was über die ganzen Jahre getan und das muss man ganz klar dazu sagen. Preis ist kontinuierlich gleich geblieben. Also bei einem Illusions-Media-Book hat man immer um die 30 Euro zu zahlen. Das war schon immer so und das ist tatsächlich so geblieben. Finde ich cool, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier einmal einfach dazu benennen möchte und benennen werde. Cover gefällt mir ganz gut. Also ich mag das auf jeden Fall mit diesen Gezeichneten, mit dem Blut. Ich muss sagen, bei näherem Hinsehen stört mich so ganz ein bisschen dieser, ich weiß, es soll so wahrscheinlich die Straßenlaterne, Taschenlampe oder sonstiger Effekt sein. Das hier hat so ein Minimalen, also wenn man nur diese Szene sich so anguckt, das sieht aus wie irgendein Kunstwerk, was man in der siebten Klasse analysieren muss und sagt, warum hat der Künstler sich so hingegeben und das Gesicht so und so und dies und das. Also das ist jetzt nicht ganz, stehe ich jetzt nicht so drauf, aber auch mit dem alten Schriftzug und so. Das erinnert mich tatsächlich an die Anfangszeit, wo ich angefangen habe, Mediabooks zu sammeln und das finde ich einfach, das mag ich tatsächlich sehr gerne. Also es hat für mich wirklich so ein fast schon Retro-Feeling, also das Retro ist für mich eine erste Mediabook-Veröffentlichung, so wie paradox ist das. Aber es ist kein neumodischer Kram, es ist ein altes, cleanes Cover, gefällt mir. Dann haben wir, wir gucken uns das mal von hinten ein bisschen an, hier haben wir ja ein paar Movie-Scenes drauf. Hat hier eben den Text mit Inhaltsangabe vom Film Florenz 1968, unbekannte Schlitzsatz, auf einer Reihe von Liebesbahnen abgesehen. Und hier, Text geht dann weiter, endet mit einem Messer-Abbild. Extras sind ein paar Sachen drauf, also die internationale Kinofassung, die originale Fassung, Trailer. Und es gibt einen Bonus-Film, der Schwanz des Skorpions, da sage ich gleich was zu. Ansonsten die technischen Details, die ganzen Credits und wichtigen Punkte natürlich. Und eben hier eine Limitierung auf 333 Stück, ich hier mit einem Promo-Exemplar. Heiß habe ich gestellt bekommen. Und ja, wenn euch irgendwas aber auffällt, wo ihr nicht ganz sicher seid oder sagt, das verschweigt ihr doch jetzt absichtlich. Nein, fragt einfach nach oder schreibt es in die Kommentare. Ich versuche hier so transparent wie möglich mit euch zu sein und hier auch irgendwie nichts schön zu reden oder zu verheimlichen. Der Schwanz des Skorpions ist hier drauf. Das ist ein Bonus-Film. Und das Coole hierbei ist, also erstens, mir auch hier sofort aufgefallen ist, hat diesen Rundenkreis. Und was mir halt aufgefallen ist, weswegen dieser Rundenkreis sein könnte und weswegen er auch hier oben sein könnte. Es ist ja ein Repack. Oder gehe ich zumindest stark von aus. Es gibt... Es ist ein Repack. Ach, hier steht es ja auch. Filmart. Es gibt nämlich die Giallo-Reihe. Das sind diese gelben Keepcase-Cover. Die ziehen sich inzwischen so, haben eine große Reihe auch, machen viele sehr kultige Giallos. Hauptsächlich aus dem italienischen... Ich glaube nur aus dem italienischen... Ich weiß es nicht, es ist ein sehr europäisches Kino, Giallo-lastig und hatten einige Titel schon inzwischen. Gibt auch da limitierte Auflagen, gibt normale Keepcase-Werfindlichungen. Haben immer dieses typische... Ich blende eins ein. Ihr seht das jetzt hier mal eingeblendet, so sieht das aus. Und ich habe mich aber nie groß damit befasst, wenn mir immer das Artwork nicht so richtig zusagt. Plus, was mir halt auch einfach sauer aufstößt, ist tatsächlich eben diese Sache mit der Durchnummerierung. Habe ich ja inzwischen mehr als einmal gesagt, ich möchte selber entscheiden, wann ich was kompletieren möchte. Und eine Durchnummerierung finde ich immer so sehr kontraproduktiv für mich persönlich. Aber okay, hier handelt es sich eben um Repack und der Schwanz des Skorpions ist auch einer der Filme. Plus, das habe ich aber erst jetzt durch Zufall irgendwie für mich rausbekommen, als ich mich so ein bisschen mit dem Film beschäftigt habe. Der Schwanz des Skorpions ist auch in einem Mediabook jetzt rausgekommen von Illusions. Das heißt aber, ihr bekommt hier quasi für 30 Euro Nightripper und halt der Schwanz des Skorpions. Und wenn ihr sagt, ey, ich finde aber das andere Cover deutlich cooler, dann bekommt ihr der Schwanz des Skorpions, meine ich, und Nightripper. Also das heißt, ihr bekommt quasi das Double-Feature. Und das, muss ich sagen, finde ich für den Preis sehr, sehr cool. Ich als Kompletist hätte natürlich gerne beide Artworks, das sage ich, wie es ist. Ist natürlich Quatsch, weil dann hat man beide Filme zweimal. Aber das finde ich wirklich ein sehr schönes Gimmick da drin, muss ich sagen, dass man eben eine kleine Limitierung hat. Man bekommt aber halt eben nicht nur den Film, den es in einer sehr, sehr guten Auflage gibt. Also es ist also ein relativ gutes Bild- und Tonmaß da, auf das so zurückgegriffen wird. Und man bekommt dann eben zwei Filme. Das, muss ich sagen, für 30 Euro, Hut ab. Also das kann nicht jeder gerade. Ihr seht das dann auch hier anhand des Konzepts. Das ist hier diese typische, also Film-Anjalo-Edition. Das heißt, hier wurde auch nichts neu gelabelt oder so. Was für mich aber auch vollkommen okay ist, ist halt ein Repack-Punkt. Und das würde natürlich für mich dann auch erklären, warum dann eben dieser Kreis auf dem Spine ist. Das hat für mich so diesen, als wäre es das Logo von der Film-Art-Reihe, was man jetzt hier eben einfach genommen hat und mit ein bisschen Blut und auf einen schwarzen Hintergrund gepackt hat. Also finde ich vollkommen okay, wenn es gemacht wurde, wenn es so verwendet wurde. Was mich allerdings stören würde, das sage ich jetzt ganz ehrlich, ist, wenn manche Mediabooks so rauskommen mit so einem Kreislogo, andere haben dann irgendwie auf einmal wieder nur so ein, ja irgendwie ihr x-beliebiges Bild da drauf. Und also da bin ich ein großer Freund von ein bisschen einheitlich. Allerdings muss ich ja dazu sagen, Illusions fährt ja schon immer diesen Weg mit dem Illusions-Logo am Spine. Oder eigentlich fast immer. Die Höhe und Breite der Mediabooks ist eigentlich immer relativ identisch, bloß immer dieses Logo drauf. Also sie sind ja schon sehr einheitlich. Das muss dann jeder für sich selber ausmachen. Aber ich bin da halt echt so ein kleiner Monk, der manchmal ein bisschen durchdreht, wenn da irgendwelche Sachen sich zu krass ändern. So, wir haben es schon eben geöffnet. Hier ist der Repack, dahinter ist ein Bild. Was mir sofort auffällt ist, das Mediabook als solches ist eingewebt hier. Also das heißt Pluspunkte Deluxe. Und geht allerdings Bild und Tray gehört jetzt nicht so richtig zusammen. Also das heißt, das ist quasi wahrscheinlich wird das ein Doppelbild sein hinter dem... Nee, auch nicht. Oder doch? Wartet. Ist das ein Doppelbild? Nee, ne? Das sind zwei verschiedene Szenen, oder? Oder ist das quasi so? Ich kann es nicht... Also hier, der Grünton, der geht ja in das hier über. So. Und so. Unabhängig davon, also das Mediabook ist eingewebt und hat eine relativ schöne Seitendicke. Das fällt sofort auf. Und die Farben sind kräftig. Der Druck ist in Ordnung. Bild hinter den Traces ist vorhanden. Ist nicht der schärfste Druck. Ist wieder auch so eine Szene aus dem Film wahrscheinlich. Aber ist okay. Wir haben dann das hier aufgeteilt. Jalo Doppelpack, die Ehre des Blankenmessers. Also das heißt, das Booklet wird sich jetzt hier immer auch um beide Filme drehen. Und ich gehe dann davon aus. Und das macht es dann natürlich wieder auch kostenfaktormäßig für euch so ein bisschen, damit ihr es so ein ganz bisschen nachvollziehen könnt. Eine Mediabook-Auflage ist immer auch ein bisschen Mathematik und Durchrechnung und Plan. Und das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, wieso sich das eben gerechnet hat. Wahrscheinlich wird eben in beiden Mediabooks dasselbe Booklet drin sein. Ist nachvollziehbar, kann ich dann aber auch vollkommen verkraften, weil es thematisch passt. Es ist aufge... Also es ist irgendwie... Man hat nicht das Gefühl, hier wird was doppelt und billig verwertet. Aber es ist halt einfach auch ein Kostenfaktor, der abgedeckt werden muss, um eben was zu servieren. Und dann muss an manchen Punkten Abstriche gemacht werden. Und... Aber ganz ehrlich, es ist auch in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob da jetzt jemandem was Negatives zu sagen wollen würde. Es ist... Der Schwanz des Skorpions ist drin und Nightripper ist drin. Dementsprechend macht man eben dann zu beiden Filmen ein Booklet. Also das passt für mich auch vollkommen. So. Giallo Doppelpack, genau. Also hier ist dann was über die Filme drin. Das Booklet hat einiges an Text, Bilder da mit drin verarbeitet. Artworks mit drin. Erstmal sehr, sehr schön aufgebaut. Hat keine Seitenzahlen unten. Ist so mein persönlicher Favorite ja immer. Der ist hier jetzt nicht beachtet. Ist kein Muss, aber ich mag das einfach. Was haben wir hier? Dann haben wir hier noch... Ach, hier haben wir ein Interview. Kurzinterview mit Bettina Giovannini. Und... Der Text ist von Stefan Kaiser. Auch hier der Hinweis, was mir jetzt immer mal wieder in der letzten Zeit aufgefallen ist und zu Recht natürlich auch kritisiert wurde oder gesagt wurde. Sagt auch dann bitte, was... Nicht nur wer es geschrieben hat, sondern wo sind die Quellen und Co. Sind hier nicht abgedruckt. Gar nicht nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ich hab das Booklet jetzt mit euch gerade tatsächlich live zeitgleich angeguckt. Hier nochmal ein Abschlussbild mit den beiden... Also das sind... Ich gehe davon aus, dass das eben bei den Filmen A3 wird das eben auf dem Spine sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Also halten wir fest. Es ist ein Mediabook mit zwei Filmen. Das heißt keine Blu-Ray, keine DVD, wie es sonst häufig bei Illusions üblich war, sondern jetzt zwei Blu-Rays. Zwei Filme, das heißt Night Ripper und der Schwanz des Skorpions. Also schon mal für den Preis echt genial. Ist ein Repack. Mediabook ist aber trotzdem ein bisschen weiterentwickelt und eben verbessert. Also es gibt Punkte, die mir definitiv besser gefallen, wie eingewiebtes Mediabook. Schön dicke Seiten, falls es deutlich kräftiger zu sehen. Da merkt man, da wurde sich Mühe gemacht und was zu verändern. Und trotzdem ist der Preis gleich geblieben. Night Ripper hatte noch kein Mediabook. Da gibt es, wie gesagt, nur diese Film-Art-Reihe. Schwanz des Skorpions müsste, glaube ich, auch kein Mediabook haben. Also sind es sogar theoretisch Mediabook-Premieren. Was für mich eigentlich hier alles rechtfertigt. Es bleibt sich natürlich darüber zu streiten, ob man jetzt jeden Film im Mediabook rausbringen muss. Das ist natürlich das Einzige, wo ich sagen würde, ja, gebe ich jetzt jedem recht. Aber keiner ist dazu verpflichtet, es zu kaufen. Und wenn ihr was kauft, ey, also hier gibt es nichts, wo ich sagen würde, boah, überleg dir das aber zweimal. Man bekommt zwei Filme für den Preis zum einen. Und die Giallo Edition kostet ja fast schon so viel. Also kostet halb so viel wie das Mediabook. Das heißt, du kaufst zwei Filme und rechnet sich. Was sagt ihr? Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, nee, ihr fremd, das passt in deiner Rechnung nicht. Oder boah, das ist aber blöd. Ich für meinen Teil finde es überhaupt, ich finde es richtig, richtig gut. Ich mag den Illusions-Output immer wieder sehr gerne. Ich bin Illusions-Fan seit der ersten Stunde tatsächlich. Also ich habe mir die allererste Illusions-Veröffentlichung direkt gekauft. Und habe eigentlich jedes Mediabook mir damals geholt. Ich habe sogar tatsächlich mal ein Gewinnspiel gewonnen, wo es darum ging, wer die meisten Illusions-Veröffentlichungen hat und so ein Kram. Und ich war eigentlich, oder ich bin großer Fan gewesen. Von damals den Hardboxen über die Keepcase-Veröffentlichungen, die Digipacks, Mediabooks. Also ich war und bin immer großer Fan gewesen und dabei. Und mag, dass jetzt nicht mehr ganz so viel regelmäßig rauskommt, aber es kommt immer noch was raus. Und die Veröffentlichungen, die dann rauskommt, da habe ich nichts gegen zu sagen. Das heißt, ich spreche hier tatsächlich aus Fansicht für euch, an euch, als jemand, der es vorstellt und auch versucht, ein bisschen kritisch zu durchleuchten. Oder zu durchleuchten. Und eben zusätzlich als jemand, der eben ein Promo-Exemplar bekommt. Also das heißt, ich versuche das trotzdem so transparent und ehrlich wie möglich für euch zu machen. Und ich glaube, das hat geklappt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr lieber den verrauchten, Whisky-trinkenden, kranken Ephraim hören wollt. Mit der Stimme wie jetzt. Oder ob ihr wieder auf den gesunden Ephraim hofft. Ich hoffe, dass meine Erkältung sich langsam dem Ende neigt. Es wird langsam wirklich anstrengend. Seit zwei Wochen klinge ich wie, weiß ich auch nicht wie. Ja, klinge ich halt so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.